Hey Leute und willkommen zum Home Assistant Community Showcase. Heute nehmen wir dich auf eine ganz besondere Reise durch die Welt der Home Assistant YouTuber im deutschsprachigen Bereich. Wir haben nämlich in diesem einzigen Arten Video Leute eingeladen, sich kurz vorzustellen und das mit ganz viel Power. Hi. Willkommen auf... Hey Leute. Hi. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Von verschwindenen Schwerpunkten in dem Do-it-yourself Bereich, im Bereich von Add-ons, im Bereich von Automationen, Reviews von Geräten, bietet die deutsche Home Assistant Community eine Menge Power für eure eigenen Tätigkeiten mit Home Assistant. Du wirst in diesem Video die einmalige Chance erhalten, mal großartige YouTuber kennenzulernen, die ganz viel Bock haben, euch bei euren Projekten zu helfen. Sei es mit Automationen, sei es mit Reviews, sei es mit Tipps und Tricks, sei es mit Do-it-yourself Geräten. Also, ich würde sagen, lang genug geschnackt. Starten wir ein, lasst euch inspirieren und feiert die deutsche Home Assistant Community. Hi. Ich bin Thomas vom Kanal Steuer Dein Leben und seit ziemlich genau einem Jahr mache ich jetzt auf YouTube nur noch Home Assistant Videos. Und ja, bei mir findest du eigentlich alles zu den Themen, Grundlagen in Home Assistant, was man überhaupt braucht. Dashboards, Automationen, ESP Home mache ich viele Videos und dann natürlich auch ein paar spannende DIY-Projekte, die ich so in meinem Zuhause umgesetzt habe. Und ja, wenn es dich interessiert, wenn du Bock darauf hast, schau einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Würde mich freuen und dann gebe ich weiter an meinen nächsten Kollegen. Hey Leute, und hier ist wieder euer Tristan von Smart Assign. Ich beschäftige mich ausschließlich mit Home Assistant und da mit dem Schwerpunkt von Node-Red Automation. Meine Beispiele gehen von sprechenden Badewannen, über Automationen mit Rollen, mit Lichtern, Alexa wird eingebunden, aber auch durchaus mal ein Flurplan, der dargestellt wird. Verschiedenste Bereiche, die ich, automatisieren und ihr seid herzlich eingeladen, mir zu folgen. Willkommen auf meine digitale Welt. Auf meinem Kanal dreht sich alles um Home Assistant. Wenn du Interesse an Unboxing-Videos hast, in denen ich neue Produkte auspacke oder an detaillierten Tutorial-Videos, die dir Schritt für Schritt zeigen, wie du Home Assistant einrichtest und optimal nutzt, dann bist du hier genau richtig. Ich teile auch mein Wissen über das Erstellen bei einer unserer Dashboards und Karten, mit denen du den Status deines Smart Home auf einen Blick erfassen kannst. Entdecke mit mir, wie du dein Zuhause komfortabler gestalten kannst, durch Automatisierung. Abonniere jetzt meinen Kanal, um keine spannenden Inhalte für dein Smart Home zu verpassen und lass uns gemeinsam die digitale Welt des Wohnens erkunden. Hi, ich bin Daniel von Smart Home Yourself und bei uns dreht sich auch so ziemlich alles um Home Assistant. Allerdings weniger ums Übliche, was gibt's Neues, sondern vielmehr um die Entwicklung neuer Dinge und am liebsten mit ESPHome. Wie zum Beispiel meine Treppenbeleuchtung, Garagentorsteuerung, Barcode-Scanner oder zuletzt die Custom-Component für den Sonoff TX. Da eigene Entwicklung etwas Zeit benötigt, gibt's zwischendurch dann noch Reviews von Home Assistant-kompatibler Hardware sowie hilfreiche Tutorials. Und wenn dann noch Zeit bleibt, bin ich auf Discord anzutreffen. Schaut also gerne vorbei, um gemeinsam an unseren Projekten zu arbeiten. Hallo, liebe Smart Home Community. Mein Name ist Max und ich bin der Smart Home Bastler. Seit mehr als zwei Jahren bastle ich mit Leidenschaft an meinem Smart Home. Begonnen habe ich mit den Grundlagen von Home Assistant und allen möglichen Integrationen und Verbesserungen. Seit geraumer Zeit habe ich mich auf die Erstellung von Dashboards spezialisiert. Und diese Möglichkeiten der Visualisierung von Home Assistant möchte ich gerne mit euch teilen. Ich freue mich über einen Besuch auf YouTube, meiner Webseite oder dem Discord-Server. Bis dann, euer Smart Home Bastler. Hallo zusammen. Auf dem Kanal Smartzeug machen wir viele Themen rund um Smart Home und Home Assistant. Aber nicht nur das, auch Shelly, Fibaro und viele weitere Sachen. Auch Lüftungsanlage und so weiter. Die Home Assistant News, die präsentiere ich euch ja auch jeden Monat. Und Do-It-Yourself ist auch ein Riesenthema von mir, deshalb werdet ihr auch einige Do-It-Yourself-Videos bei mir finden. Aber nicht nur das, auch die Effizienz von einer PV-Anlage, Wechselrichter, Wallbox und wo wir bei PV-Anlage sind und Wallbox, auch ein Elektroauto haben wir und dazu gibt es hier auch Roadtrips. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, kommt vorbei auf dem Kanal Smartzeug und schaut, was für euch dabei ist. Ich freue mich auf euch. Hallo, mein Name ist Udo. Seit guten fünf Jahren beschäftige ich mich mit Software aus dem Bereich der Heimat-Automatisierung. Ich habe angefangen mit Femm über Homebridge zu Home Assistant, habe ich dann vor vier Jahren einen YouTube-Kanal gestartet, um mein Wissen, meine Erfahrungen, mein Hobby mit euch teilen zu können. Und Schwerpunkte auf meinem Kanal sind Home Assistant, ESP Home, Projekte, Produktreviews als auch Tutorials. Und wenn du daran Gefallen finden möchtest, wäre es total cool, wenn du mir mal einen Besuch abstattest, dann auch gerne ein Abo dalässt. Dafür sage ich schon mal vielen Dank. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Ich würde sagen, dieser Home Assistant Community Showcase ist das, was die Home Assistant Community ausmacht. Begeisterung für die Software, der Wille, Wissen zu teilen und Spaß zu haben, gemeinsam mit anderen Leuten. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und sage bis bald. Euer Tristan.